Hallo, ich bin Peter Horowin, das ist Inga Ross. Inga, was fühlst du gut von diesem Dattel? Was ist deine Arbeit normalerweise? Meine Arbeit ist normalerweise, bin ich U-Fortopädeln vom Beruf und ich habe mich aber in letzter Zeit viel mit dem Thema Sattelanpassung und pferdegerechte Sättel beschäftigt. Und letzten Endes hat mich der Sattel von Peter absolut überzeugt, aufgrund des pferdegerechten Sattelbaums, ein sehr durchdachtes Konzept, dass der Sattel auch auf junge Pferde passt und dass der Sattel das Pferd eigentlich ein Leben lang bleibt. Das stimmt richtig gut, ich finde es schon, weil die Sattelbauer sind. Genau, genau. Und in welchem Gebiet arbeitest du denn meistens? Hauptsächlich im Großraum Köln, ungefähr 200 Kilometer im Umkreis bin ich tätig. Und was findest du gut von meiner Seite? Was findest du vielleicht etwas Besonderes? Also mir gefällt eigentlich, dass auf die Anatomie des Pferdes wirklich Rücksicht genommen wird. Der breite Wirbelsäulenkanal, das wirklich gute Kopfeisen, was viel Raum auf die seitliche Wideresfreiheit dem Pferd viel Platz ermöglicht. Die Schulterfreiheit, die Kissen sind mit Schafräder gefüllt, formen sich an den Körper an. Echt gutes deutsches Lehrer, das Beste. Die Sattel sind vor Ort direkt einstellbar. Es kann direkt kontrolliert werden, wie sitzt der Sattel. Wir haben ja auch vielseitigkeitsattel, Spring-Sattel, Tracking, Endurance. Wenn Sie Interesse haben an Peter-Horobin-Satteln und einem Sattelfitting in meinem Gebiet, dann können Sie mich sehr gerne kontaktieren über inga-ross.de Okay, wiedersehen. Tschüss.